Fridula Babywatch Pool Bei diesem Planschbecken dreht sich alles um den Badespaß in der heimischen Dusche. Das 85 x 85 x 33 cm große aufblasbare Babybecken wurde speziell für den Einsatz im Duschbecken entwickelt und soll Überschwemmungen im Badezimmer vermeiden. Mit seiner quadratischen Form lässt es sich in die meisten Duschbecken mit einem Maß von 90 x 90 cm problemlos integrieren. Man kann es durchaus auch als Bällebad nutzen, eine zwar zweckentfremde, aber dennoch überaus nützliche Verwendung in der Spiele-Ecke des Kinderzimmers, auf dem Balkon oder im Garten. Weil es sich vergleichsweise stabil zeigt und es auch ohne Unterstützung durch Wannenränder auskommt, lässt sich der Zweikammerpool sogar als Babybecken im Freien aufstellen. Auch der Boden ist aufblasbar und birgt damit für einen gepolsterten Sitz und ein stabiles Konstrukt im Ganzen. Ein Bodenablassventil sorgt für einen sicheren und sauberen Wasserablauf nach dem Babybad.